ja was aber um meinen soll und herzlich willkommen heute mal ein video auf dem joshikanes kanal wo wir mal ein bisschen revue passieren lassen was alles dieses jahr passiert ist wie die leute die mich nicht kennen ich bin rolando 19 jahre alt jungen erfolgreich gut aussehen und ich bin ziemlich alleine darum soll es aber gar nicht gehen sondern es geht darum dass ich mich auch mal zu wort melde als der cutter dieses kanals und einfach mal nicht bei euch bedanke joshi bedankt sich des öfteren auch in den streams für den krassen support und ich sehe die ganzen kommentare ich sehe die aufrufe die watchtimes die likes alles und wollte auch mal wirklich danke sagen für den support weil irgendwo behandle ich den kanal als wäre es so mein eigener und steckt sehr viel zeit und liebe in die videos und da freut es mich natürlich umso mehr dass dies so unfassbar gut ankommen freue mich deswegen auch aufs nächste jahr weiter mit euch zusammen mit joshi zusammen weiter geile videos zu machen und coole erlebnisse heute schauen wir uns gemeinsam ein wunderschönes video an zusammen links in der kelle wir schauen uns ein wundervolles video an von dem guten leon etwas sehr schönes gezaubert wofür ich definitiv zu faul wäre eigentlich war der plan dass einige seiner kollegen freunde und leute aus dem engeren umfeld von dir wir eine kleine botschaft mit geben für dieses video allerdings haben nur zwei leute was eingeschickt joshi mein bricht ist dein herz ich wünsche mir das beste fürs nächste jahr und du hast sie sehr gut auf die verbruchten weiter so du weißt das geht joshi ich hoffe es geht dir gut ich wünsche dir nur das beste für das neue jahr ich bin mir sicher du wirst 2024 noch mehr abreißen als du es schon dieses jahr hast deswegen keep grinding und zieh genauso durch wie du es jetzt schon die ganze zeit machst eine sache noch matte rot und deutsch blau tschau joshi was geht ich hoffe dir geht es gut erstmal ein riesen respekt was die letzten jahre aber besonders in diesem jahr erreicht hast ich denke mal die zahlen sprechen dafür sich aber natürlich auch danke für deinen beitrag in der studio mode szene das heißt auf twitch youtube tik tok instagram und so weiter die denke ich mal ohne dich nicht an dem punkt wäre wo sie jetzt ist 21 war schon gut aber 24 wird schon besser ich sag nur ansonsten würde ich sagen wir sehen uns ach so und lass das bitte mit dem modemarkt die mainstream zu machen weil sonst kann man sie nicht mehr tragen bleib gesund wie mehr habe ich ehrlich gesagt gar nichts zu erzählen ich wünsche euch ganz viel spaß mit dem video lasst gerne ein abo da kommentiert gerne was euer favorite moment dieses jahr war für mich persönlich war es definitiv der moment in dem die systemic double barrel denn bei joshi angekommen ist und er sie im stream ausgepackt hat das war für mich mein herz ist da aufgegangen deswegen ja schreibt auch gerne eure favorite joshino in die kommentare und guten rutsch ich wünsche euch ganz viel spaß feiert schön und wir sehen uns übermorgen mit einem und wir sehen uns über die youtube video püß Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020